Die Beendigung der Mütze ist eine sehr schnelle Methode und zwar besteht die nur aus zwei Reihen. So, das sind jetzt 28 cm circa, also 42 Runden, abbunt und in der nächsten Runde nehmen wir fortlaufend zwei Maschen ab. Wir stricken jetzt immer zwei Maschen zusammen ab. Und dann ist das Ende der, dann ist die Mütze schon fertig. Immer zwei Maschen rechts zusammen stricken. Dann haben wir nur eine Abnahmerunde. Das ist super einfach. Tschüss. Vielen Dank. Ja, dann sind wir schon einmal rum und nun nehmen wir den Arbeitsfaden und ziehen den Arbeitsfaden durch die restlichen Maschen durch. Und das war es schon, dann sind wir fertig. In der ersten Reihe stricken wir immer zwei Maschen zusammen ab und in der nächsten Runde ziehen wir die alle mit dem Arbeitsfaden zusammen. Und zwar Wir ziehen den Arbeitsfaden zusammen und nun ist schon die Mütze fertig.